Beenden wir das. Gut. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Knie! Oh! Komm, komm, komm! Komm, komm! Oh! 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 Ach! Oh! Oh! Sauber! Du hast mich verlassen! Das ist der Nude gegen dir! Erhebe dich! Erhebe dich! Klingstein! Erhebe dich! Erhebe dich! Schönen Vorsicht, das ist tiefreist. Das ist Ziegelmagie! Zwei Wechsel! Asgard zu sind gegen ihr! Für Asgard! Ich wechsle! Gut, genügt nicht! Gib auf! Asgard flutet gegen ihr! Zauber! Zauber! Erhebe dich! Erhebe dich! Erhebe dich! Erhebe dich! Erhebe dich! Asgard zu sind gegen ihr! Erhebe dich! Erhebe dich! Es fragt sich! Erhebe dich! Erhebe dich! Für Asgard! Unwürdig! Jemanden vergessen? Knie! Ich habe versagt! Du urteilst über mich? Du, die so feige war, dass sie damit ganze Welten ruiniert hat. Schwester, ich kenne diesen Hass, der dich verbrennt, dein Inneres. Ich kenne diese Flammen und den Trost, den die Wärme bringt. Ich tat ihr Unrecht. Und das kann ich nicht ändern, mich nie genug dafür entschuldigen. Doch dieser Hass, die Rache, du musst sie aufgeben. Beende es. Ja. Schwester. Ja. 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 Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank.